Ich hab dich auch, ich hab dich nicht mehr Ich hab dich auch nicht mehr Ich hab dich auch nicht mehr Ja, du bist scheiße Das ist für ihn, ne? Es war an dieser Moment, dass er wusste, dass er sich verletzt Ich hab... AHHHHH, du MOTHERFUCKER Hahahaha Das Cross hängst schon wieder auf Könnt ihr mich mal wiederbeleben? Hm Alter, guck dir diese Fettigere an, Mann Ich seh nichts, ein bisschen grau hier Arsch, Alter, oah Na, und einfach schön da rumhängst, kann ich nichts dafür Ja, wenn ich von einem Kollegenhof arbeite, kann ich auch nichts dafür Wir raschen da jetzt wie die Russen da rein Was? Ich bin's Schaut gern Aber ich hab' keine Da-da-da-da-da-da-da-da-da Ich meine Schatten Helas Schnellere Strasse, ich bin mit Solan La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Dann verpiss dich nach hinten! Hier kann alle kleine Goppe sein. Natürlich überhaupt nichts, da ist der Scheißband. Dann geh mit rein. Wir haben einen Nachko, ein Lagereingang. Jetzt machte einer auf Müchtigern hier. Ist da ein Leutnant? Fuck off, ich schwing einfach auf dich. Und da auf dich. Ach, tschüss! Äh... Der Tango ist hin. Aber ein Generator gesichtet. Ich hecke kurz in die Daten. Hast du was? Kann sein, es ist der Arbeitsplan einer der 5 Kürzen von Kouani Flugplatz. Seltsamerweise muss dieser Typ immer dann arbeiten und das Katzen helfen. Halt da, da gibt's noch was. Was für ein Zufall. Warte, wie soll das denn holen? Wir müssen doch nicht gespornen. Hier steht's auf einer Piste, denn hier steht ein beladenes Kartellflugzeug. Auf Waffen oder Medizin. Auf deinen Kopf! Klingt wie eine Einladung. Will jemand ein Flugzeug klauen? Ich bin ja für den Panzer jetzt. Wegen... ...und ich weiß nicht. Es ist aber... Und ich kann dich mal retten. Vom, und ich ja nicht einfach verholt. Und ich weiß nicht. Worm, wo man den Feuer hat... Ich hab ihn verfahren. Ich hab ihn nicht geholfen. Ja, und zu Pferden. Was? Was? Ach, komm schon. Oh, fuck! Lass mich mal ganz gut Spaß haben. Nee! Das wird nicht gewichsten, Panzer! Wir beide in einem Panzer, eine Blechbüse, ein Mann und eine Frau. Ha! Ich bin lesbisch. Das glaube ich erst, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ohne witzige Frau, wenn ich nicht froh wäre, ich wäre nur ein Blechbüse. Wie was? Ja, Alter! Ich habe mich akustisch nicht verstanden. Ich will irgendwas Sinnvolleres nehmen. Nein! Ich habe es noch bald geschafft! Oh, fuck! Ja, steig einfach aus! Fuck, warum? Oh! Okay, ich steig auch mal aus! Frag einfach nicht, was passiert ist! Oh, fuck! Äh, ich hole dir gerade irgendwie... Okay! 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 Offen die Tür! Ich weiß nicht! Er ist tot! Entschuldigung! Entschuldigung! Was schreit denn da so? Ich verschieße die anderen! Krass, geh mal weg! Ich hätte gesagt, geh weg! Ich hätte gedacht, es reicht! Ich bin schon längst drin, war Schluss! Bei dir war die Tür offen, verdammte Scheiße! Halt! Stopp! 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 Was? Das ist ein Schild! Halt doch die Fresse, alter! Wo sind alle? Ah, okay! Okay, langsam wird's echt komisch! Ich weiß nicht, was 1930 bei ihm heißt, aber es ist 20.53. Die Uhr noch nicht umgestellt, weißte? Oder? Was? 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 Irgendwas blockiert in die ganze Zeit die Felsblüge. Bedauerlich, muss ich sagen. Oh schisch, bedauerlich! Juuuiuiui, bedauerlich! D-d-d-d-d-d-d-d-oh! Äh... Ist das nicht kalte oder so? Arsch warm hier. Fault Levels, du weißt ja. Bade 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 bade! Und ich brauche dir! Na. Und ich brauche dich? Bade 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 bade! Und ich brauche mir... Warum ist das eigentlich schwer? Weil ich schwer bin? Ja. Im Gegenteil, du musst es ausfalten. Guckst. Wenn es dich geil macht. Es macht dich geil. Ja auch nicht. Auch für Werbung für unseren Clans. Ja genau das ist perfekt der Werbung Nr Jeli rein und rein springen Echt? Nein Ich trau dir irgendwie nicht in der Fliege ja ich sehe es Robert Was glaubt? Bälle Wo ist bloß? Bälle Ich bin nur aus der Hand WTF? Was ist das wenn ich weiß? OH SHIT AHHHHH Also ich weiß nicht was du wieder falsch gemacht hast, aber ich bin locker ausgeschnitten Ja kannst du mich wie nächster? Ah ok ich komme GAY Anstatt vor mir rumzustehen Irgendeine Alarmanlage ist gerade losgegangen Das war Ding, äh Luftabwehr Wusste ich aber nicht, woher soll ich das wissen? Achso das war Luftabwehr? Ich dachte ich hab mir schnell flogen, Ding geflogen Nein, Luftabwehr hat auf uns geschossen Der Alarmton ist laut Ah der Wichse da unten soll die Fresse halten Der schreit weich AHHHHH Ich muss mir so vorstellen wie der so Mexikaner unten steht AHHHHH Mit mega von am besten Nachrichten AHHHHH 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 Was ist denn der Ton? AHHHHH 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 Na die Rakete! Die Bixse da unten am Nuchschrauber, die sind nicht mehr Ich hätte sogar noch zwei wenn man es genommen nimmt Okay Ah ne ist schon mal Dachstation SACK Ja, ja, geht aber zu suchen, aber... Er schattet gleich. Ja? Warum setzt du noch im Heli? Was? Nein, wir haugen nicht im Heli. Guck mal, da oben ist ein Heli, den holen wir uns jetzt. Warum? Warum läuft dieser Internet so schlecht aus? Jetzt wundere ich mich, wenn ich falle in den Himmel.